Um Verzeihung! Gut, gut, ich nehme deine Entschuldigung hiermit an. Sag mal, hättest du mich nicht anrufen können, um mir zu sagen, dass es später wird? Nein, ich war mit was sehr Wichtigem beschäftigt. Oh, bitte erspar's mir. Nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Das ist ein neues Geschirr. Elisabeth hat's gesehen und wird das natürlich unbedingt haben. Das ist ein neues Geschirr. Das ist ein neues Geschirr.